Die Osterwiese Die Sonne scheint auf einer großen Wiese. Da hüpft der Osterhase rum und verteilt Eier. Die Sonne scheint, ein Schaf springt herum. Ein geflecktes Pferd liegt auf der Wiese. Ein schneller Vogel saust über das Kaninchen. Ein Schaf ist aufgetaucht. Der Osterhase legt ein Ei auf das Schaf. Ein Mainkäfer ist auf dem Busch. Die zwei Schafe gehen weg. Das dritte aber auch. Die anderen Schafe, die Schafe.